Mannschaftsgold hat er 2004 erhoben im Donau-Alpen-Pokal und Weltmeisterschaftsteilnehmer mit hohen Platzierungen, Kerstin Tempel, die mutige Beifahrerin, Preuzia und Lupin, schwere Warmblütter aus Moritzburg, die hat er angespannt. Und wir drücken ihm die Daumen, Mario Juckanz. Wir gehen nicht schicken, die wirst du auch ganz und klammern vor, nimmern um Erschwenz. Wir drücken nicht nach dem Toilette, weil uns schlussert man bis Kettenfett. Wir fahren ein Riesen über Weltraumtal, stoppen kann es nur an die Grenze und zwar. Dingle, 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 mein Harti-Böcke, mein Harti-Shopper, mein Harti-Fest-Bier, mein Harti-Das-Affier. Hier kommt das Ritz in der Klinik-Fähre von der Luft. Das ist ganz groß, wir schauen mal, ob sie es dieses Jahr wieder schafft, hier zu siegen. Das ist ganz groß, wir schauen mal, ob sie es ist. Das ist ganz groß, wir schauen mal, ob sie es ist. Das ist ganz groß, wir schauen mal, ob sie es ist. Das ist ganz groß, wir schauen mal, ob sie es ist. Das ist ganz groß, wir schauen mal, ob sie es ist. Das ist ganz groß, wir schauen mal, ob sie es ist. Das ist ganz groß, wir schauen mal, ob sie es ist. Das ist ganz groß, wir schauen mal, ob sie es ist. Das ist ganz groß. Das ist ganz groß. Das ist ganz groß, wir schauen mal, ob sie es ist. Das ist ganz groß, wir schauen mal, ob sie es ist.